Der FC Bayern erhält vom FC Barcelona allem Anschein nach doch mehr Geld als gedacht. Wie spanische Medien berichten, erhalten die Bayern nach wie vor zwar die fixe Ablöse von 45 Millionen Euro, die Boni sollen aber nicht wie angenommen nur bei 5 Millionen Euro liegen, sondern bei 15 Millionen. Was bedeuten würde, dass der FC Bayern mit Lewandowski bis zu 60 Millionen Euro einnehmen könnte. Die Klausel soll dabei wie folgt aussehen. 5 Millionen wenn Barca sich im nächsten Jahr für die Champions League qualifiziert und 10 weitere wenn Lewandowski ein volles Jahr bei Barca absolviert hat. Ansonsten soll der Vertrag wohl nicht direkt 4 Jahre gelten, sondern erstmal 3 mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Und ja Leute, damit fällt der Deal aus Sicht der Bayern nochmal deutlich besser aus als gedacht. Ansonsten habe ich hier auch noch ein Zitat aus einem Instagram Post von Lewandowski, in dem er sich nochmal verabschiedet. In diesem schreibt er, ich möchte mich bei meinen Teamkollegen, allen Mitarbeitenden und dem Management vom FC Bayern bedanken. So wie allen, die mich unterstützt haben und es uns möglich gemacht haben, die vielen Titel zu holen. Ich bin sehr stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Vor allem aber möchte ich mich bei den Fans bedanken. Ihr seid es, die den Verein ausmachen. Wir, die Spieler, sind nur für einen Moment da. Für mich werte dieser Moment 8 wunderbare Jahre, die ich für immer in meinem Herzen behalten werde. So Leute, das war's mit dem Update. Ich denke, abgesehen davon, dass der Transfer in Kürze offiziell gemacht wird, sollte eigentlich nichts mehr passieren. In dem Sinne, schreibt mir gerne mal eure Meinung zur Ablöse und vielleicht auch zum Instagram Post in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. Und dann hören wir uns zum nächsten Update, Gerücht oder Prognose auch schon wieder. Macht's gut Leute. Ciao.